Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise quer durch Europa und lernen Sie an jeder Station eine Komponistin kennen. Unsere Reise beginnt an der Thämmsee. Danach geht es weiter über das Meer zur Elbmetropole. Von Warschau reisen wir nach Berlin. Im Gepäck ein Flügel und eine große Sinfonie. Hier einen Frühlingsabend genießen und dort mit den Schwänen tanzen. Dieser Amerikaner aus New York trifft in unserem Konzert den Teufelsgeiger aus Nizza. Eine zauberhafte Overtüre, romantische Lieder. Wir reisen von Wien nach Leipzig. Von Kroatien begeben wir uns in die Goldene Stadt. Mit dabei Overtüre, Konzert und Sinfonie. Wir sehen und hören uns in der Philharmonie Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017